Wie ist das Geldverdienen mit Aktien eigentlich ethisch zu rechtfertigen, wenn die Aktionäre selbst keine produktive Arbeit leisten, verdienen aber mit wie Parasiten? Sehe ich überhaupt nicht so. Ich meine, wenn du irgendwo dein Geld dazu gibst, gehst du ein Risiko ein. Machen Aktien eigentlich wirklich reich? Oder ist der An- und Verkauf von Aktien nicht nur ein Parasitentum? Genau das wollte ich wissen von einem der größten Finanzratgeber auf YouTube, nämlich von Thomas von Finanzfluss. Und ich weiß, dass einige von euch richtig interessiert sind an dem Thema Aktien und dafür brennen. Ich weiß aber auch, dass es einige unter euch gibt, die das Thema extrem kritisch ansehen. So oder so, das Thema Aktien ist Realität, vor allem politische Realität, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollten. Denn wenn Adidas sich entscheidet, mehr Geld an ihre Aktionäre auszuzahlen während der Corona-Zeit und Wirecard ein Fass ohne Boden ist und einmalig ist in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, dann ist es einfach verdammt nochmal politisch relevant. Findet ihr Aktien eigentlich gut oder schlecht? Investiert ihr eigentlich? Ja oder nein? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Und damit willkommen zurück zum Video. Noch eine Sache, bevor wir dann ins Interview starten. Ich weiß ja, dass ihr vor allem sehr wissbegierig seid und sehr viele Informationen aussorgen wollt. Ich zum Beispiel mache das vor allem dadurch, dass ich digital Magazine lese. Also zum Beispiel National Geographics oder eben auch der Aktionär, also wenn es um Aktien geht oder auch die Vice. Und das könnt ihr jetzt auch machen, nämlich mit unserem heutigen Partner im Video, nämlich Readly. Und zwar einen Monat lang kostenlos. Was ich zum Beispiel bei dem Magazin der Aktionär richtig geil finde, ist, dass es eben auch und vor allem um Geschichten geht und eben nicht nur um irgendwelche Börsenkurse. In diesem Artikel hier geht es zum Beispiel um den Chef des Mainzer Unternehmens BioNTech, Ugo Sahin, und wie er selbst mit der Situation umgeht. Klar, es geht dann eben auch mal um den BioNTech-Kurs, aber das Magazin ist eben auch für diejenigen, was die einfach mehr und ganz viel Bock haben auf Geschichten und nicht nur um Kurse selbst. Readly ist also im Prinzip sowas wie euer Spotify eben nur für Magazine und eigentlich noch viel besser, weil ihr mit einem Abo gleich fünf Konten verwenden könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einer WG lebt mit drei Leuten, bezahlt ihr eben ein Abo und könnt es dann mit drei Leuten nutzen und jeder kann auf seinem Gerät dann gleichzeitig lesen. Und genau das könnt ihr jetzt eben mit dem Link in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar einen Monat lang kostenlos testen. Danach kostet es, wie ich finde, nur 9,99 Euro und ihr könnt es immer wieder stornieren, also jeden Monat. Ich finde das ein Hammer-Angebot. Und wenn ihr euch für den Aktionär interessiert, dann schaut da jetzt unbedingt mal rein. Also, los geht's mit Thomas und meinen Fragen. Ja, Thomas, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Die erste Frage, die ich wirklich jedem stelle. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, dass es dir auch gesundheitstechnisch momentan gut geht. Dankeschön. Ja, mir geht's gut. Es ist ein bisschen, also ich bin kein großer Corona-Leidender, sagen wir es mal so, aber ich bin immer viel zwischen Paris und Berlin unterwegs gewesen und muss jetzt meine Aufenthalte verlängern, weil ich mich jedes Mal testen lassen muss, weil mein Verlob so dort wohnt. Aber ansonsten geht's mir gut. Können eigentlich alle Menschen finanziell frei sein oder muss es immer Menschen geben, denen es finanziell schlecht geht und welche, denen es finanziell gut geht? Ja, gute Frage. Tendenziell fast schon philosophisch, ja. Ich würde aber vielleicht da noch einen Schritt zurückgehen und sagen, nicht jeder hat das Ziel, finanziell frei zu werden. Weil das immer mit, also klar, ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du, oder wenn du mal random Leute fragst, hast du Lust, im Lotto zu gewinnen, 10 Millionen zu haben? 10 Millionen ist sicherlich eine Grenze, wo die meisten sagen würden, okay, das ist für mich eine finanzielle Freiheit mindestens. Also, oder, ja, ab diesem Punkt. Und dann werden die meisten vermutlich sagen, ja, klar, würde ich gerne. Wenn aber jetzt jeder im Lotto gewinnen würde, dann wäre also quasi der Neue, dann würde es ja zu einer gigantischen Inflation führen, dann wäre also quasi das Durchschnittsvermögen, was jeder hätte, näher an 10 Millionen dran. Und somit würden vermutlich auch die Preise steigen. Das heißt, auf diese Art und Weise wird es ja wahrscheinlich nicht jeder finanziell frei werden können. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist bei weitem nicht das Ziel, von jedem das machen zu wollen, weil es auch irgendwo dann mit gewissen Einschränkungen zu tun hat. Zum Beispiel weniger Zeit mit der Familie oder, ja, mehr Zeit auf der Arbeit und, ja, Risiken einzugehen, die vielleicht nicht jeder bereit ist einzugehen. Typischerweise, ich meine, wer finanziell frei ist, also große Vermögen entstehen meistens durch unternehmerische Tätigkeiten, was auch mit Risiko einhergeht. Von daher, ob es, also ich glaube nicht an die These, dass, wenn einer reich ist, jemand anderes arm sein muss. Ich meine, man kann sich auch zum Beispiel die Zahlen angucken, die jetzt zum Beispiel in dem ziemlich lesenswerten Buch Factfulness festgehalten werden, ist, dass die gesamte Welt insgesamt reicher geworden ist. Es gibt immer weniger, also richtig arme Menschen, also Leute, die quasi unterhalb der Armutsgrenze leben. Und das zeigt ja auch, dass wir insgesamt als Gesellschaft von Wirtschaftswachstum profitieren können und jeder individuell davon profitieren kann. Warum missbraucht man Aktien dazu, sich selbst zu bereichern? Aktien sollten zur Finanzierung der Unternehmen dienen. Die man wirklich unterstützen will und nicht als Geldanlage, damit man Rendite erwirtschaftet. So lässt man andere Leute für sich arbeiten, obwohl man nichts mit dem Unternehmen zu tun hat und sorgt dafür, dass der Kostendruck in den Unternehmen wächst. Ja, im Endeffekt ist der Aktienmarkt ja nur ein höheres Abstraktionslevel, wie zum Beispiel mein Restaurantbeispiel. Also ich meine, warum Missbrauch? Ich meine, auf der einen Seite ist es eine Investition. Du hast immer im Finance, hast du Uses and Sources. Ja, wo kommt das Geld her und wofür wird es benutzt? Das Uses ist jetzt zum Beispiel, dass das Unternehmen sich finanziert und Sources ist vom Investor. Der macht das ja nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern aus dem Hintergrund eine Rendite streben zu haben. Das ist, denke ich, also da ist nichts Verwerfliches dran. Ben Luca fragt, wie ist es moralisch vertretbar, dass Daimler Dividenden von 1,5 Milliarden ausgeschüttet hat, obwohl sie davor vom Staat zur Rettung 700 Millionen bekommen haben? Verdienen sich Anleger an der Krise auf Kosten von der Gesellschaft und von Menschenleben? Ich denke, das muss man in Relation setzen. Ich kenne den Daimler-Fall jetzt nicht konkret, aber ich kann es zum Beispiel mal an der häufig verschollenen Commerzbank darstellen. Der Staat, also der deutsche Staat hat ja auch die Commerzbank gerettet in der Finanzkrise 2007, 2008 und hat dort zu sehr guten Konditionen am Eigenkapital der Firma, ja, der Bank, also der Commerzbank profitiert und ist im Endeffekt auch mit dieser Investition mit einem Gewinn rausgegangen. Ich meine, solche Subventionsprogramme, das wird immer so pauschal dargestellt, als würde irgendjemand irgendwem Geld schenken. Dem steht auch eine Gegendleistung entgegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass der deutsche Staat sich da nicht einfach so über den Tisch ziehen lässt und 700 Millionen bezahlt, wenn später Milliarden an Dividenden ausgeschüttet werden. Diese Subventionszahlen sind sicherlich zurückbezahlt worden oder waren in Form von Eigenkapital, sodass der Staat quasi wieder über die Dividende was zurückbekommt. Also das ist einfach eine pauschale Vereinfachung. Wie ist das Geldverdienen mit Aktien eigentlich ethisch zu rechtfertigen, wenn die Aktionäre selbst keine produktive Arbeit leisten? Sie stehen nicht in den Fabriken und erzeugen das tatsächliche Produkt oder helfen, dieses zu verkaufen, verdienen aber mit wie Parasiten. Ja, es ist sicherlich eine sehr kontroverse Sicht der Dinge, sehe ich überhaupt nicht so. Ich meine, wenn du irgendwo dein Geld dazu gibst, gehst du ein Risiko ein. Du teilst damit das unternehmerische Risiko des Unternehmens. Du gehst das Risiko ein, dass du tatsächlich Geld verlierst und für dieses Geld bzw. für das Eingehen dieses Risikos wirst du bezahlt. Das ist wie wenn du sagst, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, eine Bäckerei auf oder ich mache ein Restaurant auf, sammle dafür Kapital ein, leih mir dieses Kapital von Freunden, Familie und so weiter, die in mich glauben, die aber das Risiko eingehen, dass wenn es nicht klappt, zum Beispiel aufgrund von Corona oder was auch immer, dass die Investition dann quasi zu 100% verloren ist. Und wenn dieser Fall glücklicherweise nicht eintrifft, ja, dass das Geschäft nicht läuft, dann lohnt es sich oder dann denke ich doch, sollte man für dieses Risiko kompensiert werden. Also ich sehe das überhaupt nicht irgendwie als Parasitentum, sondern halt einfach nur als faire Kompensation für die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Und das, was mir jetzt ganz klein, also auf kleinem Niveau mit einem Restaurant zeigen kann, ist halt genauso, wenn ich in große Unternehmen investiere, zum Beispiel Unternehmen, die gigantische Offshore-Windparks bauen oder so, da wird auch massiv Kapital eingesammelt. Nichtsdestotrotz, es gibt Leute, die haben ihre finanzielle Freiheit und die haben so viel Geld, dass sie sagen können, dass es ihnen ja irgendwie auch egal ist, wenn sie Betrag X verlieren, da sie auch ohne genau diesen verlorenen Betrag immer noch gut leben können. Die tragen doch nicht wirklich ein großes Risiko, oder? Ja, die Mechanismen sind halt, die Mechanismen sind immer dasselbe. Also ob ich jetzt mein gesamtes Kapital in ein einziges Restaurantprojekt investiert habe, sagen wir mal, mein Gesamtskapital ist 1000 Euro zum Beispiel, oder 1000 Mal 1 Euro in unterschiedlichste Restaurantprojekte gemacht haben, habe ich ja nur mein Risiko dadurch reduziert, dass ich das gestreut habe, also Fachbegriff Diversifikation. Und dadurch reduziere ich natürlich enorm mein Risiko, aber auch etwas die Chance, dass es halt so einen starken Ausreißer nach oben hin gibt, als zum Beispiel jetzt bei einem Facebook oder einem Google eingestiegen zu sein. Und ich denke, im kleinen Rahmen trifft das genauso wie auf den großen Rahmen zu. Also ich sehe da nirgendwo eng ein Parasitentum. Denn Parasitentum bedeutet ja, ich nehme mir ja irgendjemandem was weg, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Also Parasit ist ja, keine Ahnung, sowas wie eine Zecke, die mir einfach nur Blut absaugt und ohne, dass ich dadurch einen Vorteil habe, sogar noch das Risiko habe, eine Krankheit zu bekommen. Das Unternehmen erwirtschaftet ja Geld. Es wird ja nicht irgendjemandem geklaut oder sowas und erzeugt auf der anderen Seite ja auch einen Wert für den Kunden, wofür der Kunde bezahlt. Und er hat immer die Freiheit zu bezahlen, oder nicht? Also ich finde diese Logik, man kann die Welt sicherlich so sehen, aber mir entspricht das nicht. Und ich glaube, die Logik widerspricht dem auch. Stört es dich durch breite Diversifikation auch in kritische Sektoren, also beispielsweise Atomkraft oder Rüstung etc. und ethisch fragwürdige Unternehmen, beispielsweise Nestle, zu investieren. Um es ganz konkret zu machen, sind dir, Thomas, eigentlich ethische Fragen beim Investieren egal? Nein, ethische Fragen sind mir nicht egal. Ich beschäftige mich ziemlich viel mit dem sogenannten ESG-Investing, also nachhaltigem Investieren, was auch ein großer Trend ist und was auch sicherlich dafür sorgen wird, dass mehr und mehr Unternehmen diese, oder was auch in der Vergangenheit tatsächlich nachweisbar viel passiert ist, dass Leute oder das Unternehmen oder Manager solche Entscheidungen mit berücksichtigen. Was man aber nicht vergessen darf ist, was passiert am Aktienmarkt? Wenn ich meine Aktien verkaufe, angenommen, Nestle ist ja noch viel zu soft, bleiben wir mal zum Beispiel bei Rheinmetall. Rheinmetall, die machen echtes Kriegsmaterial, da sind wir wirklich in der, sagen wir mal, unethischen Kategorie. So, wenn ich meine Rheinmetall-Aktien verkaufe, oder ich will meine, bleiben wir im Kauf halt, sorry, ich will meine Rheinmetall-Aktien kaufen, ja, dann kriege ich Aktien und gebe dafür Geld aus. Aber wo geht dieses Geld hin? Das geht ja nicht auf die Bilanz von Rheinmetall, sondern dieses Geld wird überwiesen quasi an diese Person, die mir die Aktien verkauft hat, also an einen ehemaligen Aktionär oder ehemalige Aktionärin. Das heißt im Endeffekt, die Transaktion, dass ich dieses Rheinmetall quasi jetzt gekauft habe, davon profitiert das Unternehmen nicht. Anders, als wenn ich jetzt als Konsument hingehe und zum Beispiel sage, okay, ich kaufe jetzt das CO2-intensivste Auto, was ich am Markt nur finden kann und gebe hierfür meine Konsumentscheidung aus, dann wandert dieses Geld direkt auf die Bilanz der Firma. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich sage ganz offen, wie ich mein Geld anlege, es ist nicht in einem ESG-ETF, einfach weil es da noch nicht genug Produktangebot gab, aber es ist nichts, was ich kategorisch ausschließe. Mit was wird man eigentlich reicher? Mit dem Investieren oder mit der Arbeit an deinem Kanal beispielsweise? Ganz klar mit Arbeit. Oder mit der Kombination aus beidem. Nein, 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 ganz klar mit Arbeit. Also wenn ich mir meine Vermögenszusammensetzung sehe, dann kommt der allergrößte Teil aus dem, was ich auf die Seite gelegt habe und nicht aus meiner Rendite. Die ist zwar auch schon, sagen wir mal, wenn man es jetzt nicht prozentual betrachtet, sondern insgesamt im interessanten Bereich, sagen wir es mal so, aber das ist auch das, was wir auf dem Kanal immer sagen. Also beschäftige dich nicht zu sehr damit, hier noch ein halbes Prozent Rendite rauszuquetschen oder hier noch ein Viertel Prozent Kosten zu sparen oder sowas, wo du wirklich Gas gibst beim Vermögensaufbau, ist dein Gehalt hochzuschrauben oder deine Einkommensströme hochzuschrauben und das bei einer konstanten Sparquote idealerweise so um die 30 Prozent. Denn dann schaffst du es wirklich, Geld auf die Seite zu bekommen. Denn der Zinseszinseffekt, das, also der Zinseszinseffekt ist ja quasi dieses, das Geld arbeitet für dich, dieses Klassische. Der spielt erst... Vermutlich auch das, was vorher als Parasit bezeichnet wurde. Und das, das kommt erst viel, viel später. Also du musst erst mal 10, 15 Jahre durchgehalten haben und überhaupt mal investiert haben, damit wirklich dein Kapital mal sich überhaupt verdoppelt hat oder verdreifacht hat, also wirklich mal signifikante Steigerungen mitgemacht hat. Also du kannst natürlich immer ein One-Hit-Wonder landen und mal alles in eine Aktie und das hat sich dann verzehnfacht und jetzt bist du reich. Aber von solchen Fällen gibt es eigentlich kaum welche. Also die Leute, die ein Vermögen aufgebaut haben, ist meistens durch Arbeit oder unternehmerische Tätigkeit oder was auch immer, was halt einen Cashflow bringt. Und davon muss dann ein gewisser Teil behalten werden, denn nicht das, was du verdienst, macht dich reich, sondern das, was du davon behältst. Und damit baust du ein Vermögen aus. Von daher, also definitiv verdiene ich mehr, also durch meine Tätigkeit zum Glück, als durch das reine Investieren. Aber kannst du es denn verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen nichts mit Aktien zu tun haben und die auch sagen, dass man das nicht tun sollte und auch wirklich nicht investieren sollte? Absolut. Also ich will gar kein Messias sein und sagen, du musst absolut in Aktien investieren. Das einzige Problem ist immer oder die Frage ist immer, was ist die Alternative? Verlasse ich mich auf das Rentensystem? Das kann eine Entscheidung sein. Ich sage, ich verlasse mich auf das gesetzliche Rentensystem. Dann habe ich mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit einen extremen Abschlag, also zwischen meinem letzten Brutto- bzw. Nettogehalt und dem, was ich quasi auf mein Konto überwiesen bekomme, später als Rente. Das heißt, entweder akzeptiere ich diesen Abschlag und gehe auch das Risiko ein, dass dieser Abschlag in Zukunft deutlich höher ist oder ich muss mir was überlegen, wie ich mir zusätzlich was auf die Seite schaffe. So, jetzt sind wir aktuell in einem Umfeld, wo es nicht mehr so viele Alternativen gibt, wie ich mein Geld anlegen kann. Vor einigen Jahren, fast schon ein Jahrzehnt, waren Lebensversicherungen attraktiv gewesen. Lebensversicherungen haben aber indirekt auch in Aktien investiert. Gab es auf dem Sparbuch noch ziemlich hohe Renditen? Das waren scheinattraktive Renditen, denn wir hatten auch eine hohe Inflationsrate. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel 5% auf mein Sparbuch bekommen habe und die Inflationsrate bei 6% war, hat effektiv in Kaufkraft gemessen mein Kapital an Wert verloren. Von daher gibt es nur noch relativ wenige Anlageklassen, mit denen du tatsächlich erstmal dafür sorgen kannst, dass dein Kapital an Wert in Kaufkraft gemessen aufrechterhält und idealerweise wächst. Hast du eigentlich selbst schon mal fehlerhafte Tipps gegeben auf deinem Kanal, wo du dir im Nachhinein noch denkst, uff, das hätte ich jetzt lieber nicht rausgehauen? Als du es eben angesprochen hast, hat es mir ein bisschen auf der Zunge gelegen. Ich habe es dann aber dich nicht unterbrechen wollen. Mir ist wichtig zu sagen, wir geben keine Tipps auf dem Kanal. Also zumindest das Hauptaugenmerk unseres Kanals ist es, finanzielle Bildung zu betreiben. Das heißt, Leuten Tools an die Hand zu geben, zu entscheiden, was ist Mist und was ist sinnvoll. Welche wissenschaftlich fundierten Theorien, was Portfolio Management angeht, haben sich durchgesetzt. Ich möchte nicht sagen, kauf auf jeden Fall diesen ETF, weil den haben wir analysiert und der ist der beste. Wir werden auch regelmäßig oder ich werde auch regelmäßig auf dem Discord-Kanal gefragt, gib mir mal die ISIN-Nummer von dem, also ISIN ist diese ID-Nummer von dem ETF, in den du investierst. Und dann sage ich immer, klar, die kann ich dir geben, gar kein Problem, aber nimm den nicht, weil das ist nicht der Beste. Also ich habe vor einigen Jahren angefangen, mittlerweile gibt es deutlich bessere ETFs, aber wir wollen Leuten die Tools an die Hand geben, dass sie selbst fähig sind, Wertpapier rauszusuchen. Wenn nur dann halten sie solche Krisen auch durch. Wenn dann der Markt mal 30% crasht, heißt das nicht, Thomas, um Gottes Willen, was soll ich machen, wenn ich dann zufälligerweise mal im Urlaub bin und darauf keine Antwort habe. Sondern die Leute sollen halt selbst sagen, so hinter ihrer Anlagestrategie stehen. Und deswegen ist Tipps halt immer so eine Sache. Ja, und ich meine, wenn wir irgendwann mal was erzählt haben, was nicht wahr ist, dann versuchen wir uns da auch definitiv zu korrigieren. Also ich habe da keine Eitelkeitsprobleme oder sonst was. Hast du beziehungsweise, was habt ihr eigentlich schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr mit euren Ratschlägen auf eurem Kanal den Finanzmarkt, den Aktienmarkt auch irgendwie beeinflusst? Also könntet ihr beispielsweise so was wie GameStop auslösen? Gute Frage, gute Frage. Also sagen wir es mal so, vom Mindset her nein. Weil wenn ich jetzt morgen ein Video publishen würde und sagen, hey, hier ist dieser Pennystock oder selbst so was wie GameStop, kauft das mal alle, dann würden die Leute auf den Kalender gucken und sagen, hey, ist heute der 1. April, seit wann spricht Thomas über Einzelaktien? Das ist was, was mir auch viel kritisiert oder nahegelegt wird, dass ich mir keine einzelnen Aktien angucke. Von daher hätte ich überhaupt nicht die Glaubwürdigkeit, so was zu machen. Da sind andere Leute sicherlich deutlich besser positioniert, so was zu machen. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte die Glaubwürdigkeit, dann könnten wir sicherlich so was auslösen. Denn ich meine, das kann man sich relativ leicht ausrechnen. Du musst dir einfach nur angucken, wie hoch der Free Float, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber der Free Float an Aktien eines gewissen Unternehmens ist, an der Börse. Das heißt, wie viele Aktien im Durchschnitt so täglich gehandelt werden. Und dann musst du dir überlegen, okay, wie viel Fach kann ich diesen Free Float bewegen? Also wenn du zum Beispiel hinbekommen würdest, drei, vier oder fünf Mal diesen Free Float mit deiner Community zu bewegen, also die gehen alle in eine Richtung, zum Beispiel kaufen, idealerweise, weil verkaufen können ja nur diejenigen, die diese Aktien tatsächlich haben. Dann könntest du schon eine gigantische Kursbewegung bei einem verhältnismäßig großen Unternehmen auslösen, wenn dort der Free Float, also die Anzahl der Aktien, die täglich gehandelt werden an der Börse, relativ gering sind. Das heißt, ja, rein theoretisch, wenn ich die Glaubwürdigkeit hätte, einzelne Aktien zu pushen, wäre sowas sicherlich möglich. Wohlbemerkt an der Stelle, es wäre definitiv illegal. Das nur nochmal als Hinweis, denn GameStop war ja was anderes, das war ja so eine Schwarmintelligenz dahinter. Da gab es ja nicht eine einzige treibende Person. Es gab so ein paar herausragende Charaktere, aber es war nicht eine Person, die gesagt hat, hey, kauf das so wie 50 Cent, das man mit irgendeinem Pennystock gemacht hat. Macht es aus Umweltperspektive wirklich Sinn, als Kleininvestor in nachhaltige Fonds und etc. zu investieren? Ja, sagen wir es mal so, es ist wie die Fragestellung zu sagen, hat denn, also wenn ich jetzt sonntags wählen gehe, hat das wirklich einen Einfluss auf, wer im Endeffekt Kanzler oder Kanzlerin wird, und wie der Bundestag zusammengesetzt wird? Nein, höchstwahrscheinlich nein. Beim nachhaltigen Investieren ist es im Endeffekt genau dasselbe. Nein, wenn du mit einem kleinen Betrag oder selbst wenn du mit einem großen Betrag, also wenn du Millionen zum Anlegen hast und investierst das in einen nachhaltigen Fonds, statt in einen nicht nachhaltigen Fonds zu investieren, wird das vermutlich nur auf deine einzelne Kontribution betrachtet keinen Einfluss haben oder so gegen Null deinen Einfluss. Aber ich meine, die gesamte Tendenz ist entscheidend und das sieht man halt derzeit in der Fonds- und ETF-Branche extrem, dass es mehr und mehr nachhaltige Produkte gibt, auch Standardprodukte, die Nachhaltigkeitskriterien mit einbeziehen, ohne sich besonders dieses Nachhaltigkeitslabel zu geben. Und das ist ein guter Trend. Kommen wir zur letzten Frage. Marvin fragte nämlich, und damit bin nicht ich gemeint, bist du eigentlich nebenberuflich Held der Steine? Nein, wir hatten uns das mal überlegt, als für den 1. April, dass wir ihn tatsächlich mal kontaktieren, den gemeinten Held der Steine, der auch Thomas heißt und in Frankfurt sitzt, und dann mal irgendwie so einen Rollentausch machen und so, aber tatsächlich weder verwandt noch verschwägert noch geheime Identität. Okay, dann wäre das auch geklärt. Ja, vielen Dank, Thomas, dir für deine Antworten und ich bin sehr gespannt, was die Community zu deinen Aussagen zu sagen hat. Ja, ich auch. Also es wird eines der Interviews sein, wo ich sicherlich mal in die Kommentare reinschauen werde, weil du hast mich ja gut gelöchert, so oft, was meine Überzeugung angeht und so. Ist gut. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall. Soweit also zum Interview. Hier findet ihr jetzt noch eine Playlist zu ganz vielen anderen Interviews, beispielsweise mit Gregor Gysi, Christian Lindner und so weiter und so fort. Klickt euch da unbedingt rein und wenn euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.